Wir machen heute einen Wandertag und fahren an den Tegernsee und zwar nach Rotter Regan. Unser Taxi wartet schon, deswegen müssen wir jetzt los. Prinzessin, was ist los? Weg geht's! So, jetzt sind wir auf dem Wanderparkplatz vom Wallberg. Jetzt laufen wir erstmal ungefähr zwei Stunden nur bergauf. Wenn wir dann fertig sind und endlich oben, dann melden wir uns wieder. So, wir zwei haben es jetzt geschafft auf die erste Zwischenebene. Die anderen zwei haben es noch nicht geschafft und danach geht es hier hoch. Das haben wir schon schneller gesehen, aber nicht von euch. Also es ist doch irgendwie problematischer, als wir uns gedacht haben. Jetzt sind wir gerade eben auf dem Weg zum Gipfel. Bis gleich. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind am Gipfel. Mega geiler Ausblick. Über den Tegernsee und die Alpen. Hammer. Jetzt haben wir ein wenig Ferschpfad und die Sonne ist richtig schön. Wobei es mittlerweile richtig kalt ist und deswegen gehen wir jetzt wieder los und dann nach drüben, auf den Wallberg noch. Wir sind schon echt schlau. Haben wir heute Morgen noch gedacht, Wanderschuhe brauchen wir keine anziehen. Das ist ja nur so eine leichte Wanderung. Und jetzt ohne Schalt. Ist kalt jetzt. Jetzt haben wir es geschafft. Von ganz da oben haben wir uns jetzt hier durchgekämpft. Über so komische Gletscherplatten oder so ein Zeugs. Und ständig sind die Platten wegrutscht. Und mich hat es glaube ich dreimal überschlagen oder so. Absolute schwarze Piste hier. Wahnsinn. Und jetzt ist Gipfel Nummer 2 dran. Mal lagen. Mal lagen. Mal. Gipfel Nummer 2 haben wir jetzt auch geschafft. Und jetzt geht es wieder runter zum Auto und dann schauen wir, wie lange wir ein Haus brauchen. Weil jetzt wird es wahrscheinlich ziemlich voll sein auf der ganzen Straße vom Tegernsee weg. Musik Wie geht es dir? Zu Hause. Sehr gut. Wenn du in einer Stadt, in der West Montgomery spielt, geh und ihn schaue. Ich weiß, das Wort ist schaue. Geh und ihn schaue. Und dann komm zurück und zeig mir, wie er das macht. Mach es Stefan. Ciao. Hast du Schlüsse? Nein. Echt nicht. Ja ne, ich habe keine. Ich wollte mich jetzt verarschen. Geiler Tag. Karolo. Und dann haben wir mit demモal zu hab. Und dann wird das, was ich auch schon mal zu 그리고 alle zwei. Und mein schönstes Lächeln raus. Lächeln mir raus. Reicht schon. Allein mit der Einstellung. Mit der Einstellung können wir nicht arbeiten.